Oh mein Gott! Hände hoch, das ist ein Überfall. Und mach ja keine Spielchen, sonst knallt's. Ja genau, Oma. Mach keine Zicken und pack das Geld in den Sack, wa? Ach Gott sei Dank, nur ein Überfall. Ich dachte, da war schon wieder Maskenpflicht. Können Sie bitte die Maske über die Nase ziehen? Da fühle ich mich doch viel sicherer. Ach hey! Oh, Entschuldigung. Sie haben recht.